Einen wunderschönen Tag? Ja, mit Mitten im Feuer schaffen Fantasy wieder den Sprung an die Charts-Spitze. Das super erfolgreiche Schlager-Du steigt mit dem neuen Album direkt auf Platz 1 der Charts in Deutschland ein. Auch großer Erfolg in Österreich und der Schweiz. Einfach Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir hatten eine so lange Pause und hatten fast schon Angst, dass man uns vergessen hat. Wir sind echt geflasht und unendlich stolz und dankbar, dass wir so einzigartige Fans haben. Freut sich Freddy über den neuerlichen Erfolg. Aber auch Martin freut sich über den Charts-Erfolg mit Mitten im Feuer und bedankt sich bei den Fans mit den Worten. Ich musste ganz schön schlucken und wir haben beide nicht damit gerechnet. Umso schöner, dass es jetzt so ist. Danke an alle, die an uns geglaubt und uns unterstützt haben. Wir sind brutal überwältigt.